Das ist Björn. Er hat gerade vom Tag der Talente erfahren. Dazu lädt das Bundesministerium für Bildung und Forschung jedes Jahr ein. Aber was ist das eigentlich genau? Beim Tag der Talente treffen sich begeisterte und engagierte Jugendliche aus ganz Deutschland. Zum Austauschen, Neues entdecken und Spaß haben. Alle haben sich bei Schüler- oder Jugendwettbewerben mit ausgezeichneten Leistungen durchgesetzt und für diesen Tag qualifiziert. Björn ist Feuer und Flamme. Er will auch mitmachen. Welche Wettbewerbe gibt es überhaupt? Also, da wären Die Auswahl Wettbewerbe zur Internationalen Biologie, Chemie und Physik Olympiade Die Bundesbegegnung JugendJEST Der Bundesumweltwettbewerb Bundesweite Mathematikwettbewerbe Bundesweite Informatikwettbewerbe Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen Europa in der Schule und die European Union Science Olympiade Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten Die International Junior Science Olympiade Invented Ship Jugend forscht, komponiert, musiziert und gründet Den Lyrix-Bundeswettbewerb für junge Dichterinnen und Dichter Der Schüler-Filmwettbewerb Up and Coming Der Bundeswettbewerb zur politischen Bildung und das Förderprogramm Demokratisch Handeln Das Tanz- und das Theatertreffen der Jugend Das Treffen junger Autoren sowie der jungen Musikszene Björn ist begeistert So viele interessante Wettbewerbe Am liebsten würde er überall mitmachen Er macht sich gleich an die Arbeit und schaut auf tagdertalente.de nach Um alles Wichtige zu erfahren Coole Sache Björn freut sich auf den Tag der Talente So viele interessante Wettbewerb So viele interessante Wettbewerb